Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Madden-Freunde, mein Name ist Eismännchen und ich begrüße euch ganz herzlich zum E-Access-Zugang zu Madden NFL 15 und zwar das zweite Gameplay-Teilchen. Gucken wir uns heute an, den zweiten Part, die zweite Halbzeit von San Francisco gegen Miami. Wir haben die erste Halbzeit gestern schon gespielt. Wer noch gucken will, kann das natürlich auch tun. Habe ich auch schon hochgeladen, müsst ihr einfach nur bei uns im Kanal gucken, dann seht ihr das in der Playlist. Und wir gehen jetzt hinein in Durchgang Nr. 2. Wir bekommen den Ball, haben rechtzeitig ins Spiel gefunden. Hätten, denke ich mal, schon ein bisschen besser rein können. Schade, das war ein ganz guter Versuch hier. Und sind jetzt an der eigenen 17 von Pox losgelaufen. Bis zu 17 gelaufen war nicht so, wie ich gerade geärgert habe. Also, das ist durch E-Access, habe ich diesen Zugang bekommen, dass ich es schon mal anspielen darf, das Spiel. Und das ist ganz nett, das hat nämlich, hat echt einen gewissen Reiz und einen gewissen Charme. Während hier Kaepernick sehr schön wirkt. Sehr schön! Ah, nein! Da wird er noch gestoppt. Colin Kaepernick, guter Ball auf Davis. Habt ihr gesehen, wie Davis unterwegs ist? Ist das geil, oder? Oh, Mann! Und da hat er das so schön gemacht. Ein ganz wunderbarer Ball und Davis hat das super ausgespielt hier. Hatte leider das Pech, dass er da nicht mehr ausgab. Und wir sind jetzt an der 31. Das heißt, es hat sich gelohnt. War ein guter Lauf von Davis. Und Frank Gore kommt jetzt ganz frühen. Das werde ich jetzt auch tun. Und die Verspielung. Jetzt ist er frei. Bekommt den Ball hier. Schade, wird runtergesessen. Zweiter Versuch für Kaepernick. Vier Yards Raum gewinnt Frank Gore und Kaepernick. Genau. Und jetzt wird es Zeit, dass wir wieder auf den Lauf setzen. Der Tor-Spiel zu. Auf den habe ich schon länger gewartet hier. Frank Gore mal wieder im Einsatz gefunden. In der I-Formation. Da ist aber eigentlich auch klar, was du machst. Egal. Da kommt der Ball. Da wird er supergeil geblockt. Frank Gore! Frank Gore, Junge! Frank Gore, dritter Lauf. Achtzehn Yards Raum gewinnt für den Mann. Dieses kleine Monster wie dieses Power-Paket. Ich finde den so gut. Und der ist unheimlich schlecht verstopfen, wenn der mit Schwung kommt. Mein, mein Gott. So, jetzt gucken wir mal. Wieder kommt Frank Gore im Spiel. Ich weiß, ich kann es jetzt auch noch ein bisschen zeigen können hier. Nach dem Ende. 15 Fans möchten Frank Gore sehen. Frank Gore, joo! Fünf Yards-Felien zum Touchdown. Und was für ein Lauf wieder von Frank Gore. Ja, sehr, sehr klar. Wir haben fünf Yards noch in der Endzone. Das geht natürlich gut. So. Schauen wir mal, was wir jetzt tun. Crappery? Das wäre eine harte Wute. Oder Boden. Wobei ich eher auf Crappery setze. Als Endzufass. Crappery kommt. Jetzt! Und da ist er! Was für ein Catch, Junge, von Crappery. Touchdown! Was für ein Catch von Marke Crappery. Zweiter Touchdown von ihm. Und den noch Caper nicht mal richtig filigran. Und den guckt, dass ich den Catch hat. Der ist allein schon wert, dieses Spiel zu kaufen. Okay, ich übertreibe ein bisschen, aber trotz allem. Überragend. Frank Gore, mit der Truppe. Also, wenn die Truppe dieses Jahr kein Wörtchen mitzureden hat, dann bräuch ich es auch nicht. So, Extra-Boin ist gut. 14 zu 0. 51. Und 51. Krass, wir Hans. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz kurz quitten. Nein, muss ich nicht. Doch, ich muss kurz quitten. Ich bin gleich wieder für euch da. Sorry dafür. So, und dann sind wir wieder drauf. Es geht weiter. Und jetzt habe ich den mal richtig gut getraut, wie lautet er draußen. Oh, wie kalt das bis dahin rüber. Ja, der war richtig scheiße, aber der geht. Der geht ab wunderbar. Also, es gibt auch hier, wir wollen uns an der 20-Jahr-Linie. Und wie gesagt, das macht es jetzt schon ein bisschen Spaß. Ich freue mich schon. Ab Donnerstag gibt es wieder eine Be-A-Pro-Quarter-Wechsel-Saison. Wie gesagt, kannst du mal Vorschläge rein? Wen wollt ihr gerne sehen? Oh, das war wieder von mir. Wen wollt ihr gerne sehen? Ehm, einen selber erstellen? Vielleicht schon ein Football oder so? Oder wie? Graham Newton? Keine Ahnung. Das ist was ein. Colin Kaepernick, ihr habt die Wahl. Schreibt es mal rein. Vielleicht lasse ich mich ja positiv beeinflussen. Wenn ein paar Kommentare dabei sind, sicherlich noch mehr, als wenn nur einer schreibt. Also, ihr seid alle angehalten dazu, mitzumachen in der 20-Jahr-Saison. Wen noch? Und sagt mir, wenig mehr auszupfen soll. Während Ternow jetzt hier den nächsten Pass an Mann kriegt und er so ganz langsam sich über das Feld arbeiten kann. Also von mir ein bisschen Eigenwerbung in der Zwischenzeit für die Ternow mit die Gamer, die ist jetzt auch angekommen. Und jetzt spielen wir wieder ein bisschen Football. Ach, schade. Alter, das liegt der Controller. So, Zweiter und Fünf jetzt hier. Ist auch ganz nett. Er nimmt sich selber viel Zeit von der Uhr runter, der Gegner. Und das ist Glauer. Dritter und Zwei. Nichts, weil er wird jetzt auf jeden Fall ein Laufbücher spielen. Da haben wir uns aber noch auszudämen. Hoffentlich sitzt es. Nein. Oh, scheiße, ergegnet man. Neue erste Versiefe für die Dolphins. Das ist guter, schneller Wurf von Ternow. 45 Jahre Linie für die Fans. Alles ist noch unter Kontrolle für uns. Alles noch keine Sorge. Wir gucken mal, was McDonalds mit Co. McDonalds und Co. McDonalds. Was McDonalds und Co. da machen können. Gegen Laufstuhlzug. Und gerade noch gestoppt, glaube ich. Kein First Down. Ja, gut. Und jetzt 1,000 Ingers. No Adelovancy reicht ihnen aber nicht mehr. Es ist zu Ende, das dritte Quarter. Nur haha, um es mal genau zu sagen. Und damit geht es ins letzte Quarter mit einer 14 zu 0 führen. Hier ist nochmal der Lauf des Spiels bisher von Davis. Und auf geht's. Hinein ins vierte Quarter. Wir gucken mal die Sequenzen uns jetzt nicht an. Die möchte ich erst beim Donnerstag so ein bisschen präsentieren. Da gibt es erstmal. Ich habe nur gesagt, dass ich das Spiel röchend flott downloaden kann. Und dann haben wir irgendwas an diesem Ganzen. Jetzt habe ich den Tackle verpasst. Und jetzt habe ich ihn gerade noch erwischt. Oh, wow, 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 wow. Das war knapp. Aber jetzt sieht es natürlich gut aus für die Finis, die jetzt wieder dabei sind. Man, man, man. Und jetzt war gar nicht so einfach. Und da hätte ich generell den Ball einfach nur haben. Und wie gesagt, wenn der Kommentar ein bisschen lauter, sieht es mir nach. Ich komme vom ursprünglichen Moderator. Ich stelle es dann sowieso wieder aus. Jetzt haben wir ihn gespät. Raumfahrlust für die Finis. Wunderbar. Miller Neuenläufe und gerade mal 24 Jahre. Eine supergeile Laufverteidigung. Kein Raumfahrlust, aber auch kein Raumgewinn. Und das ist wichtig für uns. Das ist schon nicht so schlecht. Da müssen wir sie halten. Zweiter und zehn für die Dorfens. Tiana Hill hat es gegen Byrie. Aber jetzt haben sie Raum gewinnen, leider. Indrid Timer. Das ist immer schlecht. Oh, jetzt hat es doch Miller. Und jetzt mit dem dritten Tackle. Oh ja, Smith ist es. Der mit dem dritten Tackle und kleines Rücken bemerkt. Das ist nicht so schön. Wie ihr seht, es ist neunjahrt Sinn noch zu geben. Dritter und sechs. New Axon für Ternal aus der Shotgun. Wir gucken mal, was möglich ist. Zwei Mann halten mich hier. Ja, klasse. Klasse, Wolf. Sehr gut gehalten. Die Pocket steht. Touchdown für die Dolphins. Sieben zu... Sechs zu vierzehn steht. Und vier Minuten zwölf noch auf der Work. Jungen, rech dich nicht auf. Ist alles gut. Injury will return soon. Das ist ganz wichtig. So, da wollen wir mal gucken. Ob der hier... Block setzt. Wo nicht? Nein. Extra-Punkt ist gut. Sieben zu vierzehn außer sich der Dolphins nur noch. 176. Total. Wir haben sehr viel vertreibend. 10 Plays, 79 Yards und 3 Minuten 27 Euro für gebraucht. Also, weiter geht es. Vier Minuten und zwölf zu gehen. Und Reit, angetäuscht hier. Nein, nein, der Fählscher. Das haben wir das erst gelesen. Erster und zehn, also jetzt für Colin Kaepernick im letzten Quarter dieses... Ja, vier XS Reitschnupperns in Madden LFL 2015. Frank Gore. Da hat er ihn. Frank Gore. Block sitzt ein bisschen zu zögerlich. Nein, da verliert er den Raum wieder. Schade. Fünf Leif war 41 Yards, 2-3-5 und da war ganz viel Platz eigentlich. Habe ich kurz die Uhr sich zuhören. Muss ich leider zugehen. Können wir kurz auf Boden oder auf Gore? Das müssen wir an drei gucken, aber wahrscheinlich eher auf Boden oder auf Coden. Wobei auch Crack-Training eine interessante Option ist. Bei 2-5. 3-4-5 zu tiefen. Und jetzt müssen wir sehen, dass Platz ist. James geht da durch. Und wie der da durchgeht. Nein, es ist verhindert. Es ist dritter und ich weiß nicht genau, es ist dritter und ich weiß nicht genau, es ist dritter und ich weiß nicht genau. Vierter und einer und ich sag euch eins. Ich riskier's jetzt mal, glaube ich. Wie kann ich das denn machen? Ich will ja keinen Pass spielen, oder? Moment, wie geht denn das jetzt hier? Ah, da. Da sehen wir die Möglichkeiten. Da sehen wir die Möglichkeiten und die nehme ich jetzt. Komm. Es ist ein Chesspiel und ich will jetzt was versuchen. Ich würde es euch versuchen zu zeigen. Frank Gore gegen alle. Gucken wir mal. Frank Gore gegen alle. Nein, es fehlt in den Inches, es fehlt in den Inches. Turnover und Downs. Nein, es hat geklappt. Es hat sogar geklappt. Oh, ich will es mal haben. Nein, schade. Es hätte ja klappen können. Turnover und Downs. Ach, schade. Aber komm, das müssen wir machen, oder? Auch wenn das Ding jetzt vielleicht unentschieden dann ausgeht. Es ist mir egal. Wir haben ja den letzten Angriff dann. Das sind wir mal ja die, oder? Das müssen wir mal nicht rufen, wenn wir mal einen Test haben. Natürlich nicht im Saisonspiel. Das ist mir letztes Jahr passiert, wenn es mir jetzt nicht passiert. Das ist mir aber nicht nochmal passiert. Nein, da habe ich ja irgendwie das Spiel auch gemacht. Hier in dem Probieren des neuen Gameplays raus. Da sollt's uns eben auch sein. So, von daher gucken wir jetzt hier mal, was die Dolphins was machen. Wenn wir sie auch stoppen, das wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Oh, er ist ganz offen da. Neuer First Down für die Finns hier. Mein Gott, ey, sehen wir es aber auch. Die Dolphins kommen jetzt besser rein. Die sind auch geliefertig in der zweiten Halbzeit. First Down, man ja nicht. Nicht gut für uns. Und wieder Schockgang. Ne, doch nicht. Ach, du, hat er hart. Nein. Oh, wir haben müssen. Farnball, wunderbar. Farnball. Wir haben den Ball wieder. Reeds holt den Farnball. Mal gucken, wer den Farnball hat. Gucken wir, ob wir es jetzt sehen. Jetzt hat er genau von Two Minute Warning. Also, alles läuft hier in die Karten gelogen mit den Farnbillen. Harder Hit, ja. Oh, heftig. Also, Two Minute Warning. Und wir müssen jetzt einfach nur noch den Ball an den Mann kriegen, dass ich jetzt Bogen ins Spiel zu bringen habe. Auf der Seite. Also, Farnball bekommen. Jetzt ist er weg. Oh, jetzt geht's weiter. Two Minute Warning. Und da war er fast in das Ende. Kepernit muss sich jetzt wiederfinden. Das war auch ein ganz schlechter Ball. Ganz ehrlich, Zweiter und Zehn. Weil an der eigenen Elf ins Laufspiel gehen. Das ist eine interessante Entscheidung. Egal, wir nehmen es mit. Wir spielen es. So, Farnball. 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 Nehmen wir jetzt mit. Gucken wir mal, ob James da durchkommt. Kannst mir schwer vorstellen im Moment. Mal sehen, ob alles selbst funktioniert. Aber die Chance ist toll. Ist wunderbar. Nein, nein, da war das ganz toll. Und zweiter Timer von Miami. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Wir spielen uns genau in die Karten. Wir können... Da müssen wir es nicht mehr machen. Dann machen sie eh. Dann ist das schon der Sieg. Weil sie nehmen jetzt die Time-Out. Dann war's das. Upsa. Was war denn das mit dir? Egal. Eigentlich zinkt der doch automatisch oder nicht? Egal. Jetzt ist es egal. Zweiter und vier. Alle Time-outs sind verbraucht. Jetzt läuft die Uhr für uns. Und jetzt kann Frank Gore mit den Haufen und den Haufen fahren. Alles klar machen. Dann ist das Ding hier durch. Und das ist in diesem Moment der Fall. Wir gewinnen also dieses Testspiel gegen die Miami Dolphins. Aber ganz ehrlich. Wir würden das Spiel jetzt natürlich noch ein bisschen weiter. Wir würden das nicht ja nicht auslaufen. Wir würden ja auch sehen, oder? Ich weiß jetzt nicht warum er jetzt passt. Also bei 1.30 ist es interessant hier zu passen. Egal. Wir gehen jetzt mit. Gucken wir mal. Er ist zu gut. Überwirkt ihn nicht. Aber kommt auch nicht dran. Schade. Dann steht dann wieder die Uhr. Da verstehe ich jetzt nicht warum er jetzt ein Passpiel zu lassen lassen. Und jetzt sagt der Quarterback-Neal an. Kann ich eben wahrscheinlich verlesen, oder? Na ja gut. Dann ist es eben so. Jetzt sagt er den Quarterback-Neal an. Den nehmen wir natürlich dann an. So. Da ist es eben so. Also wir gewinnen dieses erste Spiel. Ist nicht wichtig. Das Gameplay denke ich mal ist ja ähnlich wie letztes Jahr. Du kannst natürlich auch irgendwie große Revolution hier aussuchen bei diesem Spiel. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber ansonsten muss ich echt sagen, es ist schon unheimlich gut geworden. Ähm. Die Grafiken. Der Spieler sind geil. Die Zuschauer sind richtig gut. Ähm. Das Gebrumme vom Controller ist ein bisschen geil. Ähm. Ja was kann ich nicht sagen. Und es sieht einfach wieder optisch super 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 gut aus. Ja. Da gibt es keine zwei Meinungen drüber. Und ich denke wir werden an diesem Spiel viel Spaß haben. Auch wenn es da einfach nie die ganze Neuerungen geben kann, glaube ich. Die ähm. Und auch wirklich mal Meinungen zum Spiel loslassen. Äh. Äh. In diesem Sinne würde ich es ja einfach mal sagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Und bis zur Eröffnung. Bis zum Release von Madden. Haut richtig rein. Ja. 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 Dag. Blaau. GAUDIBLE G Gieval T T fitted 35 Untertitelung des ZDF, 2020